Ich bin Philipp, ich bin aus der Schweiz. Ich wurde auf ASTAR aufmerksam durch eine Kollegin informiert. Ich hatte sehr starke Korrektur, also 6 Diotrinen auf beiden Augen. Heute ist der erste Tag Nachtoperation und ich sehe doch schon 90-95%. Ich bin sehr zufrieden, super Service, sehr zuvorkommende Leute, also ich kann es noch weiterempfehlen.